ich glaube ich habe es aufs screen herausgefunden wie wir hier weiterkommen so schnell willkommen zu einer neuen aufnahme kurz legacy außerhalb des memes ja ich will einfach mal weitermachen ich will mal dieses rätsel darum müssen weshalb wir nicht weiterkommen und vielleicht auch schon mal dann wenn ich es geschafft habe die nächsten quests machen ich bin heute glaube ich ein bisschen leise an das liegt ist der schlüssel zu ernst rettung ganz gewiss wir treffen uns vorfeld kraft sobald du kannst okay das war eine möglichkeit was wir als fest machen könnten ich bin heute ein bisschen heiser vielleicht verzeiht herausforderungen die aufträge waren seit morgen möglichst schnell angehen aber wir haben hier noch ein paar quest in dem anderen gebiet das war das letzte mal vergeblich versucht herbeizukommen und ihre kind wo das weiß ich in zehn höhle der schlüsse ist ein wenig entschieden zu folgen es ist jetzt ganz also ganz ehrlich gesagt etwas schwierig von selbst raus zu finden das ist ein bisschen viel verlangt das auf eigene faust und alles suchen ohne komplett lösung ohne weiteres hinzukriegen aber ja ich bin auf der spur jetzt sind wir hier sogar schon richtig auf jeden fall gibt es hier irgendwo einen großen tunnelgang der war es glaube ich nicht da waren wir schon das auch mit der mine das war was anderes man muss tatsächlich auch selbst mann zweis noch ein bisschen suchen ich würde mal auf dem map nach können ich hoffe ich finde es jetzt auch noch das was jetzt mal tag werden oder auch nachts so wir müssen hier durch dass es hier die bereichen die wir sind dann müsste es hier ungefähr in dem bereich irgendwas geben hier mal einen ballons zu platzen können wir auf dem weg machen und nicht den weg aus den augen verlieren so hier gehen die schienen runter na dann schauen wir mal ich hätte das so im kopf dass die schienen dann gleich etwas liefern ich merke mich auch geirrt haben sieht interessant aus ok 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 ich meine müssen wir jetzt nochmal nach die hülle war es nicht da waren wir mal bei der fahrt die fest mit dem ravenklauchschule der kobolder klesen konnte aber nicht wirklich sprechen ich fliege mir jetzt ab ja ich habe auch schon der näher übersehen da dringend zum kreis mehr verschleif ja ja auch ja Wir suchen nach der Hülle, steht auch im Auftragsdingen Ich glaube wir sind hier schon Gold richtig, es landet nicht unbedingt im Baum Das ist natürlich schwierig kämpfen, aber 2FPS-pixel-Diashow ist natürlich im Kampf ein bisschen hinterlich Spiel Bitte Ässerst unfair Ich weiß auch nicht Fantastisch Bringt auch mal ein bisschen Spannung rein Das kann man Spannung aufwarnen, äh, Kampfe aufwarnen, Spannung machen Wenn man Bild für Bild anzeigt Frame per Frame Oh, ein Troll Ich weiß nicht, ob wir den sehen können Ich finde das hier in der Gipfel ist schön, wenn ich gar nicht weitergehen Wir sind wirklich liefert Wir sind wirklich liefert Warum ziehst du es unnötig in die Bände? Warum ziehst du es unnötig in die Bände? wenn du deine Gegner mich siehst und du wirst ein Trolllös na da spieß ich ganz normal oh kacke ich hab wieder so viel gespannung oh ja Ich muss das nicht auf seine Könner als Zweifel verstehen Das ist ein äußerst stark und toll Er hat mich repulsor zu Und das ist ein äußerst Ich würde das nicht aufstehen Ich würde das nicht aufstehen Ich hätte wohl gut angriffen können, aber ich habe ihn lieber abgeräumt jetzt. Der Eisenstein macht ihn kaputt und die nächste Träu besiegt. Baaah, Träu-Puppe. Baaah, Träu-Puppe. Baaah, Träu-Puppe. Du lässt da. Reste Moment. Ich räume ihn mal in ganzes Lager auf. Weiß Handschuhe. Es kommt doch immer weiter verstärkend. Wir sollten mal langsam Richtung Mine gehen. Ich denke wir sind hier nämlich richtig. Es sieht gold richtig aus. Durch diese Höhle sollte es in den anderen Bereich gehen. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringwoods. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Ich bin hier mal aufgeräumt. Der andere ist dann richtig runter. Okay, hier ins Klang. Ich bin hier mal aufgeräumt. Ich bin hier mal aufgeräumt. Ja, das ist jemand. Ich bin hier mal aufgeräumt. 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 Hier ist eine Flamme, da sollte ich mal hin. Fluchflamme aktivieren, um später nochmal herkommen zu können. Auf der Map können wir mal den Punkt, den wir markiert haben, entfernen. Den brauchen wir nicht mehr wirklich. Nimm einen anderen Marktplatzpunkt für uns. Was passiert uns nicht nochmal, denn dann euer Verspreis. Das Käden nehmen wir natürlich mit, um der Blut ist ihnen zu lassen. Oh, das ist ein bisschen zu machen. Vielleicht sind wir die Flamme? Ja! Oh, das ist peinlich. Was? Im Zwischen warst du da was. Ich bin ja seltsam. Da warst du mir geschehen. Okay, gibt es hier noch was zu schauen? Ein wenig Geld. Da geht es runter. Hier ein paar Pisten. Eine weitere Maske. Ich sollte mal gucken, ob wir ein bisschen upgraden können. Nein, kann man nicht. Die Maske ist ein Upgrade. Hier haben wir meine Bullets zurück. Okay, hier ist die Blower 2-Bahn. Das ist aber gleich. Das ist ein Downgrades. Damit haben wir noch nicht mehr um die Wünsche. Ein Talentpunkt kann man ausgeben. Aha. Völkliche Protegozimmer erholen. Die alte Magierenseite. Perfekte Protegozimmer. Das ist aber so nach mehr. Dann nehmen wir das. Ist nützlich. So, ausgerüstet und aufgerüstet. Dann wollen wir mal. Hier kommen wir in einen neuen Bereich. Nördliche Polizierküste. Hier haben wir jetzt einen neuen Bereich freigeschaltet. Jetzt müssen wir nicht extra durch die Höhle. Um die Berge können wir nicht fliegen, aber... Da wird jetzt tatsächlich mal die Flurflamme nützlich. Jetzt haben wir hier das Küstengebiet. Einmal für den Map angucken. Genau hierher, hier hinein geraten wir jetzt. Und unsere erste Quest, die wir hier in diesem Gebiet machen. Das ist der Phönixfug. Wir können auch gleich mal die... Die Besenfunks... Was ist da hinten dran hängen? Das ist auch gut, weil... Übrigens, hier können wir mehr. Da müssen wir auch wieder fliegen können. Gut, ähm... Das wollte ich eigentlich nicht. Wurde es halt ein steiniger Flug. Auch hier hat irgendjemand wie diese Ballons platziert. Merkwürdig. So... Aufwandsziel. Können wir müssen die Landschaft genießen, wenn man nachzahmer fliehen kann. Können wir... Hoffentlich. Hier muss es irgendwo sein. Ach, das ist die Höhle, die wir suchen sollen. Einhorn getötet, sag mal. Da sprechen die Leute davon, 100 zu töten. Das geht ja gar nicht. Hinten kommen wir auf die Schliche. Du hast unsere Pläne mit dieser Frau durchkreuzt, oder? Diese Märchen. Misch dich nicht in die Angelegenheiten an. Ich hole in den Kobold-Held zurück. Und deine Reiche aufhört. Du hast es schon genug von uns. Incentio! Lenni und so. Ach, ist das dein bestes Versuch? So. Und lymph. Und classic一定! Vielleicht mal auf non-verbale... ähm... ...energie nicht. Magie. Es wird weiter! So langsam! Ich habe mich nicht gewarnt. all das uns einsetzt. Nein, ölk! Gott ist weg! Wrijf! Ah! allerdings macht das ja auch so und der unterschied ist ja meine ich lebe am ende noch rede noch sprache erfahrungspunkte wir sind noch auf der suche nach dem phoenix den wollten wir kriegen bevor die wilderer den bekommen sieht leider sehr schlecht aus da bin ich mal gespannt von der phoenix berghöhle ein phoenix finden ich im auf dem stand phoenix abflucht na dann mache ich kurz einen prozess holen wir sie ein am besten bevor sie den phoenix kriegen können oder nach dem tut es auch werden wir den phoenix halt befreien ah sie haben noch nicht gesehen Ah, so ist der Klingel-Sendium. Du solltest du, eh? Du hast dich, du bist dich. Entschuldigung, für mein Wiss. Ich weiß nicht, gut, Entschuldigung. Er hat noch mal mehr. Ich bin der Klingel-Sendium. Ich bin der Klingel-Sendium. Was ist denn da? Was? Die sind schon irgendwie etwas heftiger. Die werden sich schon ziemlich gut. Ich musste ziemlich oft Protego einsetzen. Wird sie nicht schon wieder spinnen? Nur ein paar Münzen. Okay, das Flussgras hier kann man nicht mitnehmen. Wir halten Leute davon ab. Hast du nicht zugehört? Der gibt wieder zwei in der Höhle. Die bin ich. Was hast du getan? Oh, ein Torschluss habe ich gefunden. Ich muss mal hier aufräumen. Und wegwerfen das. Das auch. Oha. Ein neuer Schal. Aha. Ein Majestätisches Tier. Ein wahrhaft Majestätisches Tier. Ja. Phönix kann man finden, wie man will. Aber... Ja. Sie können von Phönix halten, was sie wollen. Aber... Phönix haben echt Stiel. Ich tue das auf Stufe 2. ja es ist schlecht da ist er wieder das habe ich gerade nicht gesehen, wird es unaufmerksam aber wird es uns schon zeigen ok, diesen Gang sind wir jetzt für ein paar Haumklump Säft im Gang Beide rund Ach nö, Spinn Ach nö Ich kann ihn nicht, sondern nicht ausweichen Stürm Verdammt Oh kacke Nö, das ist ne Kluft Ich hoffe das war es jetzt Nein, war es nicht Uah, Hangelstern Das ist knew Sie sind eine Riesenspinne bist und es du w w w w w w